Willkommen bei Brilliant Tools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Der Lager-Eintreib-Satz hier in der Nylon-Variante eignet sich hervorragend, um Lager bzw. Dichtringe schonend zu montieren. Und das alles bei einem Durchmesser von 10 bis 110 mm. Im Detail schauen wir uns den Satz jetzt mal an. Alle Teile befinden sich im stabilen Kunststoffkoffer und sind mit den jeweiligen Durchmesserbezeichnungen an ihrer jeweiligen Position. Nylon sind diese ganzen Druckstücken hier, die dann jeweils auf die entsprechende Hülse aufgesetzt werden. Davon sind drei im Satz enthalten. Ganz einfach, um wesentlich mehr Möglichkeiten zu haben, um dann auch den Arbeitsbereich von 10 bis 110 mm abzudecken. Nach Auswahl des richtigen Druckstücks kann ich dann mittels einem Hammer entweder den Dichtring oder das Lager montieren. und dann auf den Dichtring oder den Dichtring oder das Lager montieren. Also, das ist ein besonderer Dichtring. Vielen Dank.